Nasser Al-Khelaifi hat sich mal wieder geäußert und zwar über La Liga-Präsident Javier Tebas. Der hatte vor kurzem angekündigt, gegen die Machenschaften von PSG und Manchester City vorgehen zu wollen, die andauernd gegen das Financial Fair Play verstoßen. Und Al-Khelaifi hat jetzt in der Marca das gesagt. Zitat, wer ist Tebas? Ich kenne diese Person nicht. Es ist mir egal, was er sagt. Da wird geschossen und er hat einen richtig guten Witz gemacht. Zitat, ich habe letzten Sommer 180 Millionen Euro von Real Madrid abgelehnt, weil ich wusste, dass Kylian Mbappé bei PSG bleiben wollte. Ich kenne ihn sehr gut. Ich weiß, was er und seine Familie wollen und sie lassen sich nicht von Geld beeinflussen. Er hat sich entschieden, hier für seine Stadt, seinen Verein und sein Land zu spielen und für das sportliche Projekt. Ha, ha, ja.